Hallo, AVO, herzlich willkommen im Nomenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Marco. Und du hast uns was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht, jawohl. Ein Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Unser zweites Lizenzset, das wir in Kooperation mit den Seenotrettern auf Nord- und Ostsee umgesetzt haben. Und es ist ein ganz besonderes Set. Es ist nämlich ein weiteres Set mit unseren Minifiguren. Jawohl, das Seenotrettungsboot der 10,1 Meter Klasse ist im Minifigurenmaßstab. Und es sind zwei Seenotretter enthalten. Die natürlich authentisch gekleidet sind, hast du mir vorher gesagt. Die sind authentisch gekleidet, genau. Da ist so ein spezielles Rettungsgeschirr und so. Das ist alles dabei. Die Helme sind entsprechend bedruckt, so wie sich das gehört. Und ich meine, wir haben ja nicht immer die Helme auf. Deswegen haben wir auch zwei Haare. Genau, die kommen auch immer mit braunen Haaren und Zopf und einmal Wuschelig, genau. Ja, das sind ja auch zwei auf der Rückseite der Packung stets. Genau, gucken wir mal drauf. Das sind Arvid und Lisa. Die haben sogar Namen. Die haben Namen und die Namen haben einen bestimmten Hintergrund. Okay, und was ist das für ein Hintergrund? Das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage habe ich weitergegeben an die Seenotretter, denn die haben diese Namen uns vorgeschlagen. Und so Fragen wie, warum ist das jetzt so ein Boot und kein Schiff und wo braucht man das und so. Wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Und die Namen dieser Leute, darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der es wissen muss. Und zwar mit dem Herrn Stiebeldei von den Seenotrettern, der dort für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Mit dem ich mich ja auch im letzten Herbst in Warnemünde getroffen habe, an Bord der Arkona, des Schwesternschiffs der Berlin, unseres Seenotrettungskreuzers. Und dieses Mal, ich dachte ja schon, ich kann wieder zur Nordsee. Er dachte auch, ich treffe wieder an der Nordsee. Nee, ich durfte nicht. Ich durfte nur hier drehen. Aber ich habe mir den Herrn Stiebeldei über Teams zuschalten lassen. Und ich würde sagen, das Gespräch gucken wir uns jetzt erstmal an. Genau. Film ab. Moin, Herr Stiebeldei. Wie geht's Ihnen? Schön, Sie wieder zu sehen. Ja, moin aus der Zentrale der Seenotretter aus Bremen. Aus Bremen. Stimmt, Sie sitzen in Bremen. Getroffen habe ich Sie letztes Jahr in Warnemünde. Habe ich noch sehr schöne Erinnerungen dran. Das war sehr, 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 sehr schön an Bord des Schiffs. Die Besatzung kennenzulernen, alles mal erklärt zu bekommen. Das war wirklich, wirklich klasse. Das war eins meiner, muss ich schon sagen, schönsten Erlebnisse, seit ich hier in diesem Videoteam bei Blubix bin. Ja, hat uns auch Spaß gemacht. Heute aus der alten Hansestadt Bremen. Wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, sehe ich die Weser vor mir. Und wenige Schritte von meinem Büro entfernt befindet sich die von uns betriebene Deutsche Rettungsleitstelle See. Also hier aus dem Herzen von Bremen werden so pro Jahr rund 2000 Einsätze, die die Seenotretter auf Nord- und Ostsee fahren, koordiniert. Das haben Sie mir letzten Herbst ja schon erklärt. Wer das noch nicht weiß, was genau die Seenotretter sind und machen, unbedingt unser Video schauen zum Seenotrettungskreuzer. Da wird da genau drauf eingegangen, unter anderem auch, dass sie ja wirklich hoheitliche Aufgaben von der Bundesrepublik Deutschland übertragen bekommen haben. So ist es. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist die zuständige Organisation für den maritimen Such- und Rettungsdienst in unseren Gebieten von Nord- und Ostsee. Genau. Und da ich leider nicht freigegeben bekommen habe, zu Ihnen an die Nordsee zu kommen, um mir unser neues Seenotrettungsboot im Original anzuschauen, schade, machen wir the next best thing. Ich rede mit Ihnen über dieses Boot, nicht über das Set, das kann ich selbst, aber über das Original, über das Vorbild. Wir haben ja hier ein Seenotrettungsboot, die Courage, die Courage. Ja, wir sagen Courage, denn so haben es sich die Spender des Bootes gewünscht. Spender aus Niedersachsen, die diesen Neubau finanziert haben, der gut eine Million Euro teuer war. Und die sich gewünscht haben, dass in Anerkennung und Würdigung der Leistungen unserer freiwilligen Besatzungen das Boot diesen, wie wir auch finden, sehr sprechenden Namen für dieses Engagement bekommt. Also so ähnlich wie in Zivilcourage ausgesprochen soll es eben Courage genannt werden. So meldet es sich auch über Funk. Aber charmant an dem Namen ist natürlich auch, dass es in vielen Sprachen verständlich ist, auch auf Englisch. Mit Courage, nothing is impossible. Das hat der Gründer unserer britisch-irischen Schwestergesellschaft mal gesagt. Auch so im internationalen, in der Schifffahrt ist ja Englisch üblich, versteht man sofort, was da für ein Boot kommt und wie es heißt. Ja, ich habe ja in der Broschüre, in der Festbroschüre, in unserer Bauanleitung, wo ja die ersten beiden Doppelseiten sich wieder mit den Seenotrettern und mit den Seenotrettungsbooten befassen, auch einige andere Namen gesehen, hier Horst, Heiner, Kleten, Erich, Koschubs. Sind das dann teilweise auch Spender oder irgendwelche Personen, die halt mit den Seenotrettern in Verbindung stehen, in Verbindung standen? Ja, das sind durchaus auch manchmal Nachlässe, also Menschen, die nicht mehr leben und ihren Nachlass zugunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger geregelt haben. Aber manchmal sind es auch sehr neutrale Namen wie Nima Noah oder Nausicaa, Sagengestalten oder Gute Geister der Schifffahrt, also Wünsche von Spendern, die wir berücksichtigt haben. Manchmal sind es aber auch regionale Namen, wie beispielsweise der unmittelbare Vorgänger der Courage auf der Station Neuharlinger Siel. Dieses Seenotrettungsboot hieß nämlich auch Neuharlinger Siel und damit wird gleich das Engagement einer ganzen Region für die Seenotretter gewürdigt. Und wo ist diese Station Neuharlinger Siel? Siel klickt für mich nach Nordsee, ist das richtig? Ja, Neuharlinger Siel liegt im Herzen Ostfrieslands tatsächlich, einer der bekannten pittoresken kleinen Kutterhäfen dort, der sehr urtümlich und historisch daherkommt, aber eben kein Museumshafen ist, sondern da pulsiert das Leben. Da liegen immer noch anderthalb Hände voll Fischkutter, die aktiv rausfahren und fischen. Und Neuharlinger Siel ist eine unserer ältesten Stationen, schon vor fast 160 Jahren auch gegründet worden, damals mit Ruderrettungsboot und Raketenapparat, so waren die Seenotretter zu der Zeit unterwegs. In Neuharlinger Siel gab es keinen Raketenapparat, denn das Wattenmeer ist ermöglicht, dass man auch kleinere Strecken besser rudern konnte und eigentlich da direkt vor Neuharlinger Siel keine Schiffe strandeten, denen man eine Leine hätte zuschießen müssen. Von daher war das eine reine Bootstation, aber ein sehr traditionsreicher Standort mit einer kleinen Ausstellung in unserem Rettungsschuppen dort, mit einem alten Motorrettungsboot drin, wo man ohnehin sehr viel über die Seenotretter erfahren kann. Raketenapparat. Ich habe den Rest nur so halb gehört, weil Raketenapparat? Was ist ein Raketenapparat? Das klingt ja abgefahren. Vor 160 Jahren hat man sich Gedanken gemacht, wie man die Seenotretter davor schützen kann, in das Ruderrettungsboot zu steigen und sich selbst in Gefahr zu bringen. Wenn das nicht unbedingt nötig war und Schiffe in relativer Nähe vor der Küste gestrandet sind, hat man versucht, eine Leinenverbindung von Land aus zu einem gestrandeten Schiff herzustellen. Und dazu hat man einen Raketenapparat entwickelt. Anfangs hat man das mit Kanonen gemacht, mit Mörsern. Da ist die Leine aber oft gerissen, die an der Kugel befestigt war, denn Anfangs- und Endgeschwindigkeiten sind gleich. Aber bei Raketenapparaten steigert sich im Verlauf des Flugs der Rakete die Geschwindigkeit und hat eben deswegen sicherer die Leine zu einem gestrandeten Schiff getragen. Dann musste man diese Leine festmachen und dickere Leinen nachholen. Das war sogar auf so zwei Segeltuchzetteln, damit das auch lesbar blieb. Auch bei Wind und Wetter war das auf Deutsch und Englisch erklärt. Die hat man da mit rüber geschossen. Denn man wusste ja nicht, das war ein neues Einsatzmittel, warum schießen die jetzt auf mich, damit man den Seeleuten erklären konnte, was man dort tun sollte. Nämlich diese Leine möglichst hoch am Mast befestigen, um eine Art Flaschenzug zu installieren und mit einem Rettungsring und einer angenähten halben kurzen Segeltuchhose es zu ermöglichen, dass die Seeleute da reinsteigen und man sie nacheinander an Land ziehen kann. Das ist ja cool. Aber gar nicht so weit weg von heutiger Technik. Was ähnliches setzen wir heute auch noch ein. Es gibt noch pneumatische Leinenwurfgeräte, moderne Geräte. Der Name sagt es schon, heißt nicht Leinenschussgerät, sondern Leinenwurfgerät. Es wird mit Druckluft geworfen, also nicht mehr mit Feuerkraft. Aber auch heute auf See, wenn wir irgendwo längsseits gehen wollen, kann es ja sein, dass das Wetter so schlecht ist oder das Schiff schon beschädigt ist, dass es nicht mehr so einfach ist, dort längsseits zu gehen. Man irgendwie anders aber eine Verbindung herstellen will. Und dann kann man das mit so einem Gerät von Bord aus auch machen. Also auch die Courage hat ein Leinenwurfgerät an Bord, um das Ganze in kleinerem Sinn auf See zu tun. Die Courage habe ich noch nicht gesehen, aber letztes Jahr im Sommer war ich in Norddeich und da habe ich ein Schwester-Schiff, sagt man, gesehen, die Otto Dirsch. Steht hier auch in der Liste der Stationierung. Ist also auch ein Schiff, also ein Rettungsboot dieses Typs. Wenn man daneben denen steht, sehen beeindruckend aus. Ich liebe ja auch diese Farbgebung, da zieht es mich immer direkt hin. Sie sind aber nicht allzu groß. Das hat aber doch bestimmt Gründe. Warum sind in Norddeich und in Neuharling Asil beispielsweise kleine Rettungsbrote und nicht so ein großer Seenotrettungskreuzer wie die Hermann Marwede bei Helgoland oder so? Blatt gesagt könnte man sagen, man braucht nicht überall eine Drehleiter, aus Feuerwehrsicht gesprochen sozusagen. Die Mischung unserer verschiedenen Rettungseinheiten resultiert aus unserem umfangreichen Erfahrungsschatz und einem immer wieder von uns hinterfragten Stationierungskonzept. Wir gucken also, ob wir die richtige Einheit am richtigen Ort haben. Das sehen wir ja am Einsatzprofil und an den Erfahrungen, die unsere Besatzungen ständig da draußen machen. Aber wenn man auf die Reviere mal guckt, dann beantwortet sich diese Frage auch schon ein bisschen. Wir haben es ja hier mit dem Wattenmeer zu tun. Also oftmals brauchen wir Fahrzeuge, die klein und wendig sind und möglichst wenig Tiefgang haben. Deswegen haben wir unter anderem die Seenotrettungsboote entwickelt. Wenn wir ein bisschen in unsere Geschichte zurückgehen, dann ist vor über 70 Jahren der Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot entwickelt worden. Auch deshalb schon, um ein Fahrzeug zu haben, das eben ein kleines Tochterboot aussetzen kann und im flacheren Wasser auch einsatzklar ist. Diese Fahrzeuge haben natürlich einen großen Aktionsradius, sind sehr schnell. Die Stationszahl hatte sich damals reduziert. Aber hinzu kam plötzlich, dass die Küstenschifffahrt ja auch irgendwie abgedeckt werden musste. Vor allem angesichts des zunehmenden Wassersportes Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Und deswegen haben wir sozusagen dauernd abgesetzte Tochterboote, nämlich die Seenotrettungsboote entwickelt, die rein von freiwilligen Besatzungen gefahren werden. So wie damals die Ruderrettungsboote. Also auch das, schöne historische Parallele. Und diese kleinen Boote waren anfangs sehr einfach gehalten, 50, 60 PS Maschinen, 5 bis 7 Meter lang, mit denen man erstmal experimentiert hat. Dann sind eine ganze Reihe 7 Meter Boote gebaut worden und dann hat es nachfolgende Generationen gegeben. 9 Meter Boote, 8,5 Meter Boote in den 90er Jahren und schließlich Ende der 90er Jahre das 10 Meter Boot, das zunächst 9,5 Meter lang war und das wir dann zweimal weiterentwickelt haben. Das heißt, wir sehen jetzt mit der Courage die dritte Generation einer sehr erfolgreichen Bootsklasse. Viele unserer Besatzungen sagen, das ist der beste Wurf, den die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger jemals entwickelt hat, dieser Schiffstyp. Wir haben ihn über 30 Mal im Einsatz, also mehr als die Hälfte unserer Stationen. Wir haben 55 Stationen in Nord- und Ostsee, 60 Rettungseinheiten. Mehr als die Hälfte unserer Stationen und Einheiten ist mit diesem Schiffstyp besetzt. Er ist wirklich sehr stark, sehr wendig. Er ist nicht extrem schnell, das muss ja auch nicht sein, denn unsere Stationsdichte ist hoch. Er ist sehr sicher, er ist äußerst seetüchtig gebaut, genauso konstruiert wie die großen Seenotrettungskreuzer im Netzspandensystem aus Aluminiumspanden ganz eng und dicht gebaut, sodass er auch Grundberührungen gut überstehen kann. Das ist ja wichtig. Wir reden ja hier von, ich sag mal, wie es einer unserer Vorleute gesagt hat, wir fahren dahin, wo es wehtut. Also wir haben möglicherweise im flachen Wasser Grundberührungen und all das können diese Schiffe aushalten. Und natürlich ist auch dieses Fahrzeug, wie alle unsere Einheiten, das gilt aber auch für die großen Seenotrettungskreuzer, ein Selbstaufrichter. Das heißt, es richtet sich aus jeder Position selbst wieder auf. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt den modernsten, ist das richtig, den modernsten Schiffstyp der Seenotretter als Set? Also wir haben tatsächlich hier mit der Courage das modernste und jüngste Boot dieser Schiffsklasse. Wir haben andere Schiffsklassen, die in ähnlichen Zeiten gebaut worden sind. Einige sind sogar noch ein paar Jahre jünger jetzt als die Courage. Trotzdem ist das ja ungefähr die gleiche Zeit. Also von daher kann man da jetzt nicht sagen, der ist ein bisschen moderner als der andere. Übrigens auch Schiffe, die schon ein paar Jahrzehnte im Einsatz sind. Unsere Rettungseinheiten bleiben ja alle etwa 30 Jahre bei uns im Dienst. Die sind nur vom Schiffskörper her 30 Jahre alt. Die modernisieren wir alle drei Jahre bei der turnusgemäßen Generalüberholung. Die Ausrüstung wird immer auf den jüngsten Stand gebracht, auch die elektronischen Geräte an Bord. Ja, und wenn die Dienstzeit bei den Seenotrettern dann nach 30 Jahren oder so endet, ist das ja noch nicht unbedingt das Ende der Schiffe. Ich habe gerade am letzten Wochenende ein wunderschönes Video auf Ihrem Kanal sehr zu empfehlen. Übrigens gesehen, wo ein Seenotretterungskreuzer überführt wurde von Deutschland über den Atlantik nach Uruguay zur Marine. Ja, eine ganz besondere Reise. Der dritte Kreuzer ist, der auf die Art und Weise abgegeben wurde. Finde ich toll. Aber der erste, den wir tatsächlich auf eigenem Kiel über den Atlantik geschickt haben, weil einfach durch die Pandemie die Frachtraten, dieses Schiff als Decksladung zu transportieren, so enorm teuer geworden sind, dass das niemand bezahlen kann. Und da hat sich eine freiwilligen Crew gemeldet, die dieses Schiff tatsächlich überführt hat auf eigenem Kiel und diese Reise und auch die Strapazen, muss man sagen, auf sich genommen hat. Das ist sehr spannend, was die erzählen, zumal es ihnen auch eine Herzensangelegenheit war. Also der Film ist auch richtig emotional geworden. Lohnt sich, diese Viertelstunde anzuschauen. Ja, tatsächlich. Also da habe ich das ein oder andere Tränchen verdrücken müssen, gebe ich gern dazu. Ja, ich auch. Ich bin ja da auch Zuschauer. Das heißt, sie waren nicht mit an Bord. Sie waren jetzt nicht irgendein Kameramann oder so. Da würden mir die Seebeine fehlen für eine solche Reise. Ja, cool. Wir haben hier zum ersten Mal auch ein Seenotrettungsboot im Minifigurenmaßstab und es sind ja auch zwei Minifiguren dabei. So ist es ja. Das freut uns besonders. Die habe ich hier gerade mit Helmen. Es liegen aber auch Haare bei. Man kann ihnen die Helme also auch ausziehen. Und diese Minifiguren, die gibt es auch noch ohne das Boot. Aber nicht bei uns. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber es wird so kommen. Ja, es gibt sie tatsächlich solo. Also nicht jede Figur einzeln, aber im Doppelpack sozusagen ohne Boot. Exklusiv im Seenotretter-Shop. Seenotretter-Shop.de Da werden wir sie anbieten. Ja. Cool. Freut mich auch, dass wir das gemacht haben. Das heißt, es ist ein Lizenzprodukt. Schon. Wir produzieren es, aber es ist ein Lizenzprodukt, das es offiziell und ausschließlich exklusiv bei Ihnen gibt. Und so ist es. Sie haben ja schon gesagt, dass es den einen oder anderen Seenotretter gibt, der da wahrscheinlich selbst zugreifen könnte. Ja, aber es vergeht auch fast keine Woche, in der wir nicht eine Zuschrift bekommen von meistens Kindern, die Klemmbaustein-Modelle selber bauen. Und die brauchen ja alle Besatzungen. Also das freut uns auch besonders, dass wir da was anbieten können. Vielleicht muss man noch sagen, die beiden Figuren tragen die aktuelle persönliche Schutzausrüstung, die die Seenotretter tragen. Die haben unseren Überlebensanzug an. Die haben die professionelle Rettungsweste an. Sogar die Schrittgurte sind angedeutet. Die tragen unseren Sicherheitshelm. Den müssen sie natürlich, wenn sie im Aufbau sind, nicht tragen. Deswegen kann man auch die Haare dann wieder aufstecken. Deswegen haben wir das so gehalten. Und wir haben diese Idee mal im Kreis unserer Vorleute vorgestellt und haben diese Prototypen gezeigt, die es damals gab, auf einer internen Tagung. Und da kam sofort die gute Idee, die brauchen Namen. Soweit hatten wir noch gar nicht gedacht. Und dann haben wir tatsächlich dort auf der Vormannstagung zusammengesessen und haben überlegt, wie könnten die denn heißen. Und so sind tatsächlich die beiden Namen entstanden. Arvid und Lisa in Anlehnung an einen unserer Gründerväter, Arvid Emminghaus. Ja, meinen beruflichen Urahn sozusagen, der damals Generalsekretär der DGZS war und sehr viel publizistisch gestritten hat für die Vereinigung der ersten Rettungsvereine und die Gründung unserer Organisation. Und Lisa in Anlehnung an Elisabeth Leist, die erste nachgewiesene Frau, die schon vor weit über 160 Jahren Menschen aus Seenot gerettet hat. Also Frauen im Seenotrettungsdienst ist eigentlich gar nichts Neues. Das heißt, Arvid und Lisa, das sind gar nicht irgendwie zufällige Namen, sondern die haben einen bestimmten Hintergrund. Ja, genau. Genau, schöner Hintergrund. Das ist auch nicht meine Idee allein gewesen, sondern wir haben das wirklich zusammenentwickelt mit den Leuten, die da raus waren und die, die gute Idee hatten, die brauchen doch Namen und da müssen wir doch was machen. Und da haben wir überlegt, was können wir machen? Was ist nicht zu antiquiert? Was hat trotzdem was mit den Seenotrettern zu tun? Und so sind wir auf diese Namen gekommen. Und bisher habe ich nur Positives darüber im Haus gehört, dass ausgerechnet diese Namen es geworden sind. Ja, das ist auch, finde ich, auch eine gute Idee. Was Sie auch gesagt haben, also diese Boote, diese Klasse von Booten wird ausschließlich mit Freiwilligen bemannt. Das heißt, das sind wie bei der Freiwilligen Feuerwehr, wenn es da irgendwie einen Einsatz gibt, dann gibt es irgendwie als App oder so eine Warnung und dann sehen sie zu, dass sie schnell zum Rettungsboot kommen. Oder haben die quasi Dienst, dass sie da vor Ort dann irgendwie schon im Schuppen im Haus oder so sind? Wie kann ich mir das vorstellen? Das kann auch mal sein. Im Sommer, wenn man am Wochenende sowieso auf der Station ist oder auch aus der Kontrollfahrt in einen Einsatz gerufen wird. Aber normalerweise ist es so, wie gerade zuerst gesagt, dass die Menschen tatsächlich in ihrer Freizeit oder auf ihrer Arbeit sind und dann weggerufen werden. Die Rettungsleitstelle See alarmiert sie direkt über eine Handy-Alarmierung. Dort gibt es auch bereits erste Informationen zum Fall und man kann sich über Tastendruck zurückmelden. Komme sofort, komme später, komme gar nicht. Sodass sowohl die Rettungsleitstelle See hier bei uns im Haus als auch der Vormann oder die Schiffsführerin gleichzeitig weiß, wie wird das Rettungsboot gleich besetzt sein? Also welche Qualifikationen habe ich zur Verfügung? Jeder Seenotretter, jede Seenotretterin bei uns hat eine sogenannte Qualifikationsampel, wo wir genau sehen können, sind alle Erfordernisse, die da sein müssen, um rauszufahren, sind die erfüllt? Beziehungsweise es gibt ja Menschen, die haben eine besondere medizinische Qualifizierung. Es gibt Menschen, die sind eher Maschinist an Bord. Sowas kann man dann direkt sehen und der Vormann kann direkt einschätzen, wen wird er gleich im Team haben. Ja, in Warnemünde ist es ja glaube ich so, dass es immer zwei Nautiker und zwei Maschinisten an Bord gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind dann halt Leute, die das quasi hauptberuflich machen, oder? Genau. Und die dann halt quasi immer Waffe an Bord haben. Das fand ich ja auch interessant, dass die da wirklich schlafen. Na gut, die Kajüten hat es auch an Bord. Die passen natürlich in so ein 10 Meter Seenotrettungsboot nicht rein. Das ist klar. Genau, das ist der Unterschied. Also wir haben tatsächlich rund 1000 Seenotretter bei uns im Dienst. Mehr als 800 davon sind rein ehrenamtlich tätig. Die nennen wir die Freiwilligen. Und die wenigen Festangestellten, etwa 180 an der Zahl, die besetzen ein Drittel unserer Flotte, nämlich die rund um die Uhr besetzten Seenotrettungskreuzer mit Tochterboot. Und die müssen auch Seefahrtserfahrung mitbringen. Das heißt, die haben ausgefahrene Patente, sind entweder Nautiker oder Maschinist. Also Techniker. Und alle anderen, die Freiwilligen, erhalten ihre Qualifikationen in ihrer Freizeit am Wochenende. Die müssen im Prinzip keine Vorbildung mitbringen. Selbst einen Sportbootführerschein bräuchten sie nicht. Den könnten sie noch machen im Rahmen ihrer Qualifikationen bei uns. Und das ist auch so, dass wir auf den Freiwilligenstationen immer Nachwuchs suchen. Das ist schon vor 160 Jahren so gewesen, dass wir uns natürlich darum bemühen müssen, dass es immer Bereitschaft gibt, diesen Dienst auch zu machen. Das heißt, wer sich dafür noch interessiert, kann auf unserer Website mal gucken, unter Seenotretter werden, wie man das denn werden kann. Wohnortnähe ist natürlich das entscheidende Kriterium. Denn man muss auch dann innerhalb weniger Minuten am Boot sein, im Hafen sein, sich ausrüsten und rausfahren. Richtig. Also wenn ihr euch gut vorstellen könntet, das zu machen, ihr wohnt da bei Hintermünchen, da ist dann die Anreise zum Einsatz ein bisschen schwierig. 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 Ich glaube, auf dem Bodensee sind die Seenotretter nicht tätig, sondern Nord- und Ostsee ist es. Genau, das wäre Wasserrettung auf Binnengewässern. Und das unterscheidet uns eben auch von Wasserrettern. Wir sind eben kein Saisonbetrieb, sondern als zuständiger Rettungsdienst rund um die Uhr, bei jedem Wetter im Einsatz und auch einsatzbereit und einsatzklar. Deswegen kann man auch seinen Urlaub nicht bei uns auf einer Station verbringen und freiwilliger sein. Das würde auch nicht ausreichen, wenige Tage im Jahr einsatzbereit zu sein. Dann würde man auch irgendwann aus dem Training kommen. Sondern die Wohnortnähe, die braucht es tatsächlich für unsere Freiwilligen. Ja, klar. Verstehe ich. Ja, jetzt bin ich wieder deutlich schlauer. Faszinierend. Also wenn es mich mal wieder an die Nordsee zieht, und das wird es dieses Jahr wahrscheinlich noch tun, muss ich auf jeden Fall, wenn ich in einem entsprechenden Hafen bin, mir das dort liegende, wahrscheinlich liegende Seenotretungsboot oder den Kreuzer wieder anschauen. Hat mich ja immer schon interessiert. Aber jetzt habe ich so ein bisschen mehr Hintergrundwissen noch dazu. Und das macht natürlich auch Hunger auf mehr. Ich weiß, in Norddeich, da stand ich bei dem Boot. Und direkt daneben gibt es auch so eine große Tafel, wo noch mal Informationen sind, wo ich mir auch diese schöne Broschüre mitnehmen konnte. Das Jahrbuch bestimmt, ne? Das Jahrbuch, genau, wo auch ein Spendenschiffchen stand. Ja. Und hier haben wir auch ein Spendenschiffchen drauf. Denn beim Verkauf von jedem verkauften Modell fließen zwei Euro an die Seenotretter auf Nord- und Ostsee. Und selbstverständlich gibt es nicht nur die Minifiguren einzeln, sondern auch das Modell im Seenotretter-Shop. Richtig. Das soll ich, glaube ich, gar nicht sagen. Wir wollen natürlich, dass das in unserem Online-Shop bestellt wird. Aber natürlich kann man das auch in Ihrem Online-Shop bestellen. Genau. Und dann haben wir noch mehr davon als nur die Spende. Das stimmt. Da kann ich nicht gegen argumentieren. Das ist richtig. Also wer ganz viel für die Seenotretter tun will, kauft dann dieses Blu-Bricks-Produkt ausnahmsweise bei uns. Aber vielleicht darf ich noch eine Sache sagen, die ich besonders beeindruckend an diesem Modell finde. Ich durfte ja wieder unsere Kommentare zu dem Entwurf geben und habe mit dem Entwickler auch Kontakt gehabt und konnte noch ein paar Hinweise geben, was man noch verbessern kann, worauf wir dann besonders achten oder unsere Besatzungen sofort achten, wenn sie sowas sehen. Mich freut besonders, dass die Bergungspforte umgesetzt werden konnten. Denn das ist eine ganz besondere Einrichtung, die Seenotrettungsboote haben, um Menschen, die unmittelbar im Wasser sind, möglichst schonend zu bergen und an Bord zu nehmen. Das heißt übrigens wirklich bergen, auch wenn man von retten spricht, das hat nichts mit Toten zu tun, ist auch bei den Feuerwehren nicht so, haben wir uns erklären lassen vom Deutschen Feuerwehrverband. Retten, bergen, schützen lernt man ja auch, wenn man sich für Feuerwehren interessiert. Und deswegen heißt diese Tür, da sieht man sie, in der Bordwand heißt tatsächlich Bergungspfort. Im Original geht sie nach innen auf. Sie wird also von den Seenotrettern, die an Bord stehen, nach innen aufgezogen. Und dann hat man auf Höhe der Wasserlinie tatsächlich eine Möglichkeit, Menschen dort zu retten. Und das ist ganz wichtig, denn man weiß ja nicht, wie lange ist ein Schiffbrüchiger schon im Wasser, wie unterkühlt ist er. Und wenn man unterkühlte Menschen an Bord nehmen will, dann sollte man das möglichst waagerecht tun. Denn ja, der Rest des warmen Blutes hat sich zu den inneren Organen, zum Herz und zur Lunge zurückgezogen, um die nicht unterzuversorgen. Genau das, die Unterversorgung kann aber eintreten, wenn man einen Menschen, der unterkühlt ist, plötzlich aufrichtet. Dann schießt das warme Blut in die Extremitäten und Herz und Lunge können unterversorgt sein und der sogenannte Bergungstod kann dann eintreten. Um das zu verhindern, das ist so die größte Herausforderung für Seenotretter überall auf der Welt, Menschen, wie kriegt man die aus dem Wasser? Um das zu verhindern, haben wir eben schon vor vielen Jahrzehnten diese Bergungspforte erfunden. Und das ist eine Besonderheit dieser Fahrzeuge, haben die kleinen Tochterboote der Seenotrettungskreuzer auch. Damals war das natürlich nicht zu realisieren, denn das ist ein etwas anderer Maßstab. Aber hier, bei diesem Maßstab, beim Minifick-Maßstab, konnte der Entwickler das umsetzen. Und das finde ich ganz toll, dass er das hingekriegt hat. Ja, die Bergungspforte habe ich mir ja auch zeigen lassen, als wir an Bord in Warnwinde waren. Jetzt muss ich gerade überlegen, war es die Akona? Ja, war die Akona und das Tochterboot Kasper. Ja, da habe ich diese Bergungspforte auch gesehen. Da habe ich mir als Laie natürlich erst mal gedacht, ja, aber dann kommt da ja Wasser rein. Ja, aber ist ja egal. Da kommt dann Wasser rein. Ist ja egal. Ist ja wurscht, die Leute sind gut angezogen und nur weil da Wasser reinschreibt, heißt das ja dann lang nicht, dass das Boot untergeht. Nee, das Wasser fließt selbstständig wieder ab. Das ist tatsächlich eine sogenannte selbstlenzende Pflicht. Pflicht nennt man den offenen Raum hinter dem Deckshaus. Und selbstlenzend heißt, sie entleert sich selbst wieder. Ja. Ach ja, jetzt will ich wieder an die Nordsee. Ich will eigentlich wieder. Die Nordsee ist ja auch von mir aus gerade ein bisschen weit entfernt. Ja, aber von dem aus ist nicht mehr so weit. Von da aus noch mehr, ja, glaube ich. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Stiepel, da für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir ein weiteres Set oder sogar zwei Sets, wenn wir das Minifiguren-Set noch dazurechnend, realisieren konnten. Und ich hoffe sehr, dass es nicht das letzte Set geblieben ist. Wir arbeiten ja auch gerade an so einer eigenen City-Welt, nenne ich es mal, so zu bespielen, auch für Kinder und so. Und da wird es ja früher oder später auch mal einen Hafen geben. Und wo es einen Hafen gibt, da braucht man ja eigentlich auch Seenotretter meiner Ansicht nach. Und dann würden wir halt ein Set entwickeln, das halt jetzt nicht ganz so originalgetreu wie dieses aussieht, dafür aber halt stabiler für Kinderhände ist. Denn so originalgetreu wie das Modell hier aussieht, muss ich fairerweise sagen, die Originalgetreue bringt mit sich, dass es nicht so stabil ist wie ein Spielset für Kinder. Das ist also kein klassisches Spielset, das ist doch eher was zum Hinstellen. Aber das heißt ja nicht, dass sowas nicht noch kommen kann. Ich wollte gerade sagen, was andere Klemmbausteine-Hersteller, die wir hier namentlich ja gar nicht nennen müssen, schon zumindest von der Technik her geschafft haben vor mehreren Jahrzehnten, das könnte man ja jetzt mal so in unser Design bringen. Vielleicht geht da noch was. Genau, richtig. Und da stehen dann auch Seenotretter drauf und da sind dann auch Seenotretter drin. Auch entsprechende Figuren. Und wie zwei von denen heißen könnten, das wissen wir jetzt ja schon. Wir gucken einfach mal, was es so für Kommentare geben wird hier. Und das gilt natürlich immer, habe ich beim letzten Mal auch schon angeboten. Wenn es Fragen gibt, kann man uns ansprechen über unsere Kanäle oder eine E-Mail schreiben an info at seenotretter.de beziehungsweise sind wir auch bemüht, hier unter diesem Video zu antworten. Jawohl, so machen wir das. Dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht im Laufe des Jahres schon. Und ich wünsche Ihnen weiterhin und Ihre Organisation alles Gute und was sagt man noch mal? Allzeit gute Fahrt und stets eine sichere Heimkehr. Denn wie wir ja am Anfang dieses Gesprächs gelernt haben, die Handbreit Wasser unterm Kiel ist gerade bei den Seenotrettungsbooten gar nicht immer so wichtig. Denn die fahren wirklich dahin, wo es weh tut. Die fahren auch mal auf die Sandbank quasi drauf. Die setzen auch mal hart durch. Das kann passieren, ja. Ja, vielen Dank, Herr Stiepeldei und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, ich danke fürs Interesse. Natürlich auch allen, die uns hier zugeschaut haben. Alles klar, machen Sie es gut. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, das war doch mal interessant. Also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass Sie da vor über 160 Jahren schon mit Ruderbooten rausgerudert sind. Aber die Seenotretter gibt es schon sehr lange. Respekt. Und mittlerweile haben Sie ja, wie Herr Stiepeldei auch sagte, diese hoheitliche Aufgabe der Bundesrepublik übertragen bekommen, in den deutschen Seegebieten die Seenotrettung zu stellen und die Leitstelle Seenotrettung quasi für die Bundesrepublik zu bedienen. Hochspannend. Jetzt haben wir was über das Boot gehört. Jetzt wissen wir, warum das so klein ist. Wenig Tiefgang, kann quasi auf die Sandbank drauffahren. Und wir haben ja, das sieht man hier auch sehr schön, denn es gibt ein sehr dichtes Netz an Stationen, Nordsee, Ostsee, wo Seenotrettungsboote oder Kreuzer liegen. Und klar, ich meine, die Courage, die liegt hier in Neuharlinger Siel und das ist an der Küste und da sind Halligen noch davor. Dazwischen ist das Wasser nicht tief, aber auch da können Leute, weil sie zu weit rausgeschwommen sind, Segelboot kennt hat, was auch immer, Surfer, ein ablandiger Wind können in Seenot geraten und da braucht man so kleine, wendige Boote, die halt auch wirklich aufs trockene Land drauffahren können, auf die Sandbank drauffahren können. Das macht den Schiffen nichts. Da kommst du mit dem Großen nicht hin. Da kommt man mit dem Großen nicht hin, genau. Wenn es dann aber halt um die Schifffahrtsrouten geht, um tieferes Wasser, um höheren Wellengang, da sind dann die Großen perfekt. Aber reden wir ein bisschen über Set selbst. ist, ich werde es noch zwei, dreimal sagen, es ist kein Spielset. Nein, dafür ist es nicht konstruiert, denn wenn wir das konstruiert hätten wie ein Spielset, wäre es nicht so originalgetreu, wie es jetzt ist. Genau, es soll in der Optik möglichst originalgetreu sein. Das soll ja aber nicht heißen, dass falls unsere in Entwicklung befindliche City-Welt mal um einen Hafen erweitert wird, dass man da nicht vielleicht auch, darüber habe ich ja mit der Stiebe da auch geredet, dass man da nicht vielleicht auch ein bespielbares Set mit... Würde ich jetzt nicht so weit von mir schieben. Genau. Ist durchaus möglich. Schauen wir noch mal kurz in die Packung, da ist nämlich was Spannendes drin zu sehen. Moment, nee, so rum. Genau, du meinst die Prints, ne? Ja. Also, das Ganze kommt natürlich mit Prints, und die seht ihr hier, also ein Teil davon seht ihr hier. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, warum sind die denn alle auf Plates montiert? Die sind alle auf so schwarzen Plates drauf. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die vormontiert werden. Also von unserem Hersteller, der montiert die vor auf diese Plates, dann werden die in die Maschine eingespannt und dann wird quasi der Print über mehrere Elemente hinweg gedruckt. Das ist immer dann notwendig, wenn man über mehrere Elemente hinweg druckt und dementsprechend sind die hier noch quasi vormontiert, die macht also keiner mehr ab. Dann seht ihr nämlich auch, wie das Ganze dann aussieht, wenn es tatsächlich platziert. Und, ja, die Plates könnt ihr behalten. Und dann habt ihr halt keinen Versatz, dann ist das alles auf einer Linie, so wie es sein soll. Das ist der Hintergrund, denn wenn man jetzt sagen würde, man druckt jetzt erst das eine, dann das andere und dann das dritte und dann hast du nämlich am Ende das Problem, dass du da lauter Treppchen drin hast. Deshalb wird das in einem Rutsch gedruckt. Das wollen wir nicht. Genau. Wir haben 1116 Teile, die sich aufteilen auf vier Bauabschnitte. Das heißt, die einzelnen Bauabschnitte sind kaum mehr als 300 Teile groß. Das ist prima. Und wir haben, das ist auch eine feine Geschichte, am Anfang der Bordeleitung wieder eine Doppelseite über die Seele-Tretter. Das finde ich super. Wo man die Stationen sieht und eine weitere Doppelseite über diesen Schiffstyp mit Daten wie Antrieb und so weiter und auch weiteren Informationen, wo diese Boote eingesetzt werden, dass die beispielsweise nur von Freiwilligen bemannt sind, während die ja eine Vier-Mann-Crew haben, die in Schichten über mehrere Tage hinweg an Bord wohnen, kochen, schlafen, kajüten. Die hast du natürlich hier drin nicht. Hast du keinen Platz. Was es da aber so gibt, das können wir uns ja schon angucken, wenn wir ein bisschen vorsichtig sind, denn damit das möglichst originalgetreu aussieht, hängen hier einige Dinge an wenigen Noppen. Das ist auch nur lose eingelegt, damit man diese schräge Linie hat und damit man gut reingucken kann. Ist auch cool, dass du hier so eine kleine Vertiefung hast. Jetzt kann man hier mal reinschauen. Das war doch so ein kleiner Fahrstand hier vorne. ist natürlich, unsere Noppenstände sind natürlich dicker als Schiffswände im Original, deswegen ist hier drin etwas weniger Platz, als im Original wäre. Wir haben aber versucht, das Innere möglichst originalgetreu wiederzugeben. Und hier, darüber habe ich ja mit Herr Stiebel da auch geredet, haben wir diese Rettungs... Er hat es gesagt, diese Tür, diese A... hinten ist auf jeden Fall die Pflicht, das weiß ich noch, hat er gesagt. Und das ist, das eine, der teilweise nicht ganz stimmt, eigentlich geht die Tür nach innen auf. Das geht jetzt hier wegen dieses Rahmens nicht, da gibt es eine Kollision, aber eigentlich geht es hier nach innen auf und hier kann man dann die quasi zu Bergenden reinziehen, ohne dass man sie aufrichten muss. Das ist also quasi in Höhe der Wasseroberfläche, damit man die einfach so gerade reinziehen kann. Wenn man sie aufrichten würde, könnten sie den sogenannten Bergungstod sterben, hat er ja erzählt. Wenn man auskühlt, das warme Blut zieht sich zur Herzgegend zurück. Wenn man sie dann aber aufrichtet und dann schwappt das warme Blut woanders hin und dann könnte es das gewesen sein, deswegen müssen die waagerecht bleiben. Ja, kleines, süßes Set, dessen Antriebswelle ich gerade abgerissen habe. Das war so nicht beabsichtigt. Das wäre jetzt wahrscheinlich der nächste Verweis darauf, dass das ein Display-Set ist und kein Spiel-Set. Das ist ein Display-Set. Wir haben jetzt aber noch hier, ich meine, das ist ja auch, wenn es ein Spiel-Set wäre, ein Spiel-Set muss meiner Ansicht nach ein Wasserlinienmodell sein. Das heißt, da will man ja mit spielen. Das hier zeigt den kompletten Unterwasser, das Unterwasserschiff, also mit Kiel, mit allem. So kannst du damit nicht über den Teppich. Also bei einem Spiel-Set sieht dann auch nicht so richtig aus. Wäre wahrscheinlich hier an der, wo das Weiße endet und der dunkelrote Rumpf anfängt, wäre beim Spiel-Set wahrscheinlich Schluss. Da wäre dann so langsam Schluss, genau, so ist es. Und es wäre stabiler, aus weniger Teilen und so weiter und so fort. Also da gibt es dann schon ganz andere Maßstäbe, die man anlegt, aber hier ging es halt darum, es muss Original-Gebräu aussehen und das haben wir ganz gut hingegangen. So ist es. Das ist auch die offizielle Kennung. Ja. die offizielle Kennung der Courage und es gibt einige Schiffe, einige Boote dieses Typs, das ist also einer der modernsten und auch der am häufigsten verwendete Bootstyp bei den Seenotrettern, wenn ich den Stiebel leider richtig verstanden habe und ich bin sehr happy, dass jetzt doch relativ kurz nach dem ersten Set bereits das zweite entwickelte Set eingetroffen ist und ja, diese beiden Figuren, die gibt es hier im Set und die gibt es exklusiv auch im Shop der Seenotretter einzeln, also einzeln als Packung, als kleines Pack, wo nur die beiden Figuren drin sind. Jawohl. So, jetzt habe ich noch eine Setcard und die habe ich vergessen, deswegen hole ich die mir gerade, liegt hier, haha. Top vorbereitet. Top vorbereitet. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis arbeiten. Das Seenotrettungsboot, ein Bluebricks Pro Set mit der Set Nummer 107232, 1116 Teile für 49,95 Euro, 23,5 cm lang, 9,5 cm breit, 17,5 cm hoch, Komplexität, hm, durchschnittlich würde ich noch sagen, aber gerade so, gerade noch so, durchschnittlich bis anspruchsvoll, wir haben keine Sticker und wir haben viele Prints, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es sind wirklich viele, Set ist im Maßstab 1 zu 35, enthält zwei Minifiguren und, auch ganz wichtig, steht da auf der Verpackung, von jedem verkauften Modell fließen 2 Euro an die Seenotretter auf Nord- und Ostsee. bei unserem großen Set 120 Euro waren es 5 Euro, die als Spende an die Seenotretter gehen, hier sind es 2 Euro. und was ich auch toll finde, da habe ich ja schon gezeigt, die Bauanleitung enthält Informationen zu diesem Schiffstyp und zu den Seenotrettern. Vielen Dank an dieser Stelle und nochmal an den Herrn Stiebeldei für das nette Gespräch. Ja, und vielen Dank an die Seenotretter mal an dieser Stelle für den Einsatz. Ganz generell für ihren Einsatz. Super, wir lieben euch, wir brauchen euch. Danke, ihr macht einen ganz tollen Job und ja, vielen Dank an alle, die das Set bestellen, denn die tun damit ja auch, nicht nur sich, sondern auch der Allgemeinheit an den Küsten etwas Gutes. Für heute war es das dann auch schon aus dem Loppenstein-Studio. Loppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Tschüss. Also ich finde es ziemlich abgefahren. Es ist echt gut geworden. Die Lisa. Wie hältst du die denn jetzt ohne Frisuren auseinander? Meinst du, ist das die Lisa oder ist das der Arbe? Ich würde sagen, das sieht ziemlich nach Lisa aus. Das sieht ziemlich nach Lisa aus, genau. Ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht. Untertitelung des ZDF, 2020